Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch heute auf der Elektronik Nation in Lüdenscheid. Unter anderem heute als Headliner Monika Kruse. Lasst euch überraschen. Worum kommst du hierher und nimmst du es in Kauf, dich hier draußen hinzustellen? Weil es einfach einmalig ist. Okay, warst du schon mal hier? Ja, schon mehrmals. Und wer ist heute Abend so dein Favorit? Auf wen wartest du ganz besonders? Ja, natürlich auf die Dame, die ab 2 Uhr auflegt. Monika Kruse. Auf jeden Fall. Prima, dann sehen wir uns drin und gut zu dir. Wir sehen uns drin und ich hoffe, es ist wärmer da. Es ist heiß, die Leute sind am Tanzen. Wir sind auch schon heiß. Ohne Scheiß war Anthem. Anthem für mich, Shooting Star 2011. Anthem in Lüdenscheid. Für mich ein persönlicher Wunsch auch gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ja. Okay. Ähm, Anthem, also ich mein, wir brauchen nicht zu erzählen, Anthem rockt einfach, also ich weiß gleich, sie sind jeden Moment dran und sind auch in den Laden komplett kaputt. Komplett kaputt. Komplett kaputt. Einmal auf links, rechts, links, rechts, rechts. Joandam. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, liebe Ante! Hallo, Linda! Du hast ja gerade schon richtig Lüdenscheid gerockt. Bist du heute zum ersten Mal hier? Nein, nein. Das erste Mal hat mich der Philipp, glaube ich, 2006 hierhin geholt. Damals noch im... Poah, AZ, BZ, Pearl, Pearl Dance Club war das. Okay, und dir hat es so gut gefallen, dass du gesagt hast, du kommst wieder? Äh, mir gefällt hier einfach, was hier so passiert, so in Lüdenscheid. Die Leute, die Szene, die Community, Rocking. Ich meine, das findet man nicht oft irgendwo auf der Welt, dass Leute so viel Bock haben auf elektronische ZDF. Genau. Weißt du, so gemeinschaftlich irgendwo hinfahren, zu Ruin Love mit 300 Leuten, zu Nature One. Ich meine, da kann man von halten, was man möchte. Die Leute treten gemeinsam auf und es ist einfach schön. Einfach eine Gemeinschaft. Man merkt auch, ihr bringt ganz viel positive Energie rüber und man merkt einfach, wie viel Power dahinter steckt. Genau. Man sieht dich ja sonst oft in Dortmund. Welche Unterschiede gibt es da für dich? Also, gehst du anders an die verschiedenen Veranstaltungen dran oder gibst du jeweils mal 100 Prozent, ob jetzt 2500 Leute, 300 Leute? Wie ist das für dich? Also, grundsätzlich gebe ich immer eine Million Prozent. Egal, ob eins oder eine Million Leute. Okay. Ja, für mich, wie soll ich das beschreiben? Ich war die letzten Tage in Amsterdam auf einem Amsterdam Dance Event. Da habe ich so einen Spruch gesehen. It's not a job, it's a lifestyle. Okay, oder auch eine Leidenschaft, ne? Würde ich sagen. Leidenschaft für Musik, Leute zu begeistern. Genau. Und hast du einen Tipp für Newcomer? Was willst du den Leuten mit auf den Weg geben? Was müssen sie machen, um mal dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Feiern, rausgehen, Leute kennenlernen, auflegen, Kontakte knüpfen, eigene Partys machen, sich den Arsch aufreißen. Ja, uns allen gefällt's hier super. Wir feiern jetzt noch ein bisschen, oder? Genau. Wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke hier.